. Keine Familie, keine Freunde, kein Job. Warum kommt man dann her? Will arbeiten. Hauen Sie ihm eine runter. Dann bekommen Sie Arbeit. Pass mal eine neue Mitarbeiterin aus Warschau. Hallo? Neues Spiel. Sieht vielleicht gerade nicht so aus, aber ich arbeite sie heute ein. Wenn man betrunken ist, lauern alle wie die wilden Hyänen um einen herum. Und was genau machen Sie da? Treitamena in die Aya. Ja. 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 Ja.